Ich bin die Karin Wenisch. Mir und meiner Familie gehört das Haus Hopfennest im Bischofsgrün und das betreiben wir jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre. Es ist ein sehr familienfreundliches Haus mit viel Platz und viel Auslauf, auch für die Kinder. Wir haben Tiere auf dem Gelände und wir freuen uns über jeden Gast, der kommt und natürlich über jeden Gast, der sich sehr bei uns wohl fühlt. Ja, mein Haus ist ja sehr schön und ich habe halt gedacht, ich muss mich irgendwie mehr vermarkten. Ich brauche einfach eine Plattform, wo ich auch präsent bin und da das Onlinebuchungssystem über viele Portale Buchungen vermittelt, haben wir das natürlich genommen. Und ich bin sehr froh, dass mir das passiert ist, dass ich mich da anschließen darf, weil ich dadurch wirklich mein Haus sehr, sehr gut belege. Mittlerweile kommen über 50 Prozent der Buchungen, die ich habe, über die Onlinebuchung rein. Mir wird immer weitergeholfen, wenn ich da anrufe und eine Frage habe oder eine Beratung brauche oder wie man neue Bilder hochlädt, irgendwas. Die Leute, die wissen, dass ich nicht sehr interversiert bin im Umgang mit Internet und Technik und ich werde da unterstützt auf jede erdenkliche Weise, sogar direkt in dem Moment, wo es passiert, aktiv. Super für mich. Wir müssen ja erreicht und gefunden werden von den Gästen und das macht der Gast halt jetzt zu Hause übers Internet. Machen wir ja selber auch, oder? Bis zum nächsten Mal.